Oh Gott sei Dank, nicht beim Red Buff helfen. Das nimmt mich immer psychisch mit, wenn ich da beim Red Buff helfen muss. Komm mal beim Red Buff helfen. Bart hat Gedankenübertragung, ich denke mir Twin Stone und eine Sekunde später kommt es von dir. Wahrscheinlich. Wer ist denn hier mein Support? Support ist kein Mord, habe ich gehört. Hat kein Bock? Gar kein Bock, egal. Bevor ich mit einer Bellica Support spiele. Minions are spawning. Hä. Hau mal ab da. Den Support kommt aber noch nicht. Jetzt bewegt er sich. Der hat auf Black Friday gewartet zum Shoppen. Twin Stones, we are Twin Stones. Die haben einen Steel und auch einen Twin Blast. Steel ist natürlich ein bisschen geiler als hier. Aber vielleicht unterschätzen wir ihn ja auch. Ich fände es geil, wenn Twin Blast so Max Payne Sprünge machen könnte. Mit den zwei Guns. Der hat's nicht eilig, der Gigi Junge. Der hat's nicht eilig, der Gigi Junge. Ich bin zu blöd zum Last Hitten. Was ist denn los heute? Ich nur heute. Double Kill. Alter, Bellica Support. Beste. Hä? Ja. Ich bin zu blöd. Ich hab aber auch null Attack Speed. Ich würde auch gerne jetzt mal back gehen und mir direkt schon mal die Boots holen. Geh kommt. Danke für den Follow, Redeye. Oh, da ist Grux. Und du Panker weinst, Baller rumzert über deine Bude und du schreit, lass das sein. Dariel, komm nach links. Meine Freundin hat auch so komisch geguckt. Lell. Äh, Grux auch tot? Grux läuft. Läuft bei Grux. Ich bin fast tot. Wie lange hält denn der? Ah, okay. Crematas Blessing. Ich finde es blöd, dass der Gold-Buff nicht einfach ein normaler Gold-Buff ist. Ich finde, Duelain sollte einfach einen normalen Gold-Buff spielen. Halt. Ja. Halt. Erzählt ist. Halt. Halt. Das war doch gut. sind wir jetzt schön hier ah ja ja kukujambo ihr kriegt kein farm ich mache mich bereit für den noch ab ihr kriegt kein farm wo ist der knock-up ich mag es, ich mag es bellica bester support kein support ist besser als bellica we can never lose with a bellica as a support so ich gehe direkt mal wieder back 1100 wenn ich das kaufe habe ich 300 übrig ja dann kann ich mir mal die kleinen boots noch kaufen immer ein bisschen was und dann würde ich Richtung raptors kommen wenn der midlaner da auch hinkommt der arven in 10 sekunden ist es soweit auch nö wir haben noch eine wave zeit ja der rugs soll auch mal hier mitkommen rugs tankt egal wenn sie kommt go 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 sieben ist noch level 4 die haben ja eine kalari also merkst du dich nicht die hat die ganze Zeit von uns eingepimmelt von hinten die schlägt uns von 50 mal sind das alle gestorben ja einen kill habe ich gekriegt ich auch und wir haben den raptor naja gib mir jetzt 2,5 attack speed also hier hier kuckuck die bellica alter give cookie muss ich aber auch mal probieren bellica support und witzig zu sein ich habe kein wort mehr ein mann kein wort ich bin es trotzdem scheiße dass ihre drohne kein kein dings macht und was ich scheiße finde ist wie ihr ihr knockup aussieht weil den sieht man überhaupt nicht ist als bellica gut aber als gegner schlecht na da hätte ich mir jetzt einen knockup gewünscht bin ready links malari hier ich bin tot ich bin voll hin der geht den ult alter hast du nicht gesagt du kommst links auf einmal war hier ein anderer geht den ich habe gesagt Achtung links achso ich habe verstanden ich komme links alter ich denke hä was ist das für eine ulti warum kriegst du viel schaden ich dachte du bist es was doch schaden hast du ich Digger worden schmidt im urlaub junge 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 die sollen weg da von meinem tower was war das mach denn der jungler jetzt hier alter hau ab komm noch ganken und mach mir die minions nicht weg wer ist denn das der ghoulstar enemy tower destroy yeah die mablet bester greystone eu west immer weg an ally has been slain unsere bellica die baut support items aber die macht mehr schaden als das gegnerische twin blast da wir sind hier drei leute ja wieso bist du so weit vorne weil er ein greystone ist wenn du da soviel prefer machst kannst du rufenlos mit reisen reisen doch für dich kämen das will irgendwie rei dich nicht pass rein wie man den töten mit dem greystone jo oh ja 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 ich habe so wenig attack speed alter muss jetzt erst mal text bekommen 30 sekunden haben wir den raptor wieder da das war die falsche taste zehn sekunden das war dann ist droid alex are you coming to the raptor please setz fein i like ja wo bist du denn ich bin hier und zieht ihr messer an dem ich abstrich jetzt können wir machen meine ui hat mich gerettet ich habe drauf geschossen wie ein verrückter also wegen dem schild meint so was mit dem turnblast links kann ich nicht machen kann aber machen so mann der tut mir ein bisschen leid kriegen wir auf die schnauze mehr nicht da soll man links zu euch gegen die mitte steht nicht 0 3 steht ja da könnte ich mal ein paar kids gebrauchen wer 0 3 ja ist grugs op grugs alter gg i guess mein kollege spielt heute zum ersten mal und wir und wir müssen direkt gegen dich ach ist das die runde wo ihr drin seid warte mal wo bist denn du tnt phil ach da ist er ja rip ach der spielt heute zum ersten mal richtiger stream sniper es tut mir natürlich leid tnt ist steal den gehen wir jetzt abfahren das war hier den den dings machen den mini prime ja grays und töten menschen ok der ist doch schon tot oder ein enemy ist kalari der hatte keinen bock mehr der greystone alter gg gg young care naja das spiel ich einmal nicht grim dann läuft es auch grim ist nicht so gut ich find es schade weil grim ist schon der geilste zweimal war er tot alter there is no one better kannst nicht lassen ohne fien alter mhm